Hallo, jetzt wieder Klaus von der Epic Generation. Jetzt werde ich jetzt mal ein Powertool zu machen, am Frühmorgend. Hier kommen drei Schnittchen hier von dem Pinua. Pinua soll ein sehr gesundes Getreide sein, weil sogar im Weltraum, glaube ich, wenn der Pinua, ich glaube, die NASA hat das festgestellt, dass es ein optimales Getreidesalm. Aber ich habe die Studie selber gelesen und ich gebe das nur so weiter, was ich so gehört habe. Ja, dann können wir einen Böffel Kakao hier rein tun, O-Kakao. Und da kommt etwas Guana, da ist Koffein drin. Da packe ich nur wenig rein. Ich schätze mal, das ist ein Viertel Tables... Teaspoon, ein Viertel Teaspoon ist das. So. Ja, das war's auch schön. Also, das haben wir jetzt hier drin. Dann werden wir das kurz malen. Oh, ne, warum muss das natürlich noch nicht? Also, das ist ein Viertel Teaspoon. So. Jetzt müssen wir das Pulver noch vermengen mit Banane. Das kommt jetzt hier, das ist der Messerbehälter. Die Grundzeichen der Zeit hier. Jetzt sind die ungefähr so 50 Gramm. Jetzt sind die ungefähr so 50 Gramm. Jetzt sind die ungefähr so 50 Stück. Also, ich meine schon, dass ich das zu viel wäre, ist das glücklich. Ich komme dann recht, dass ich das jetzt da bin. weiter man sollte natürlich auch das Pulverbein tun, dafür habe ich das ja gemahlen wieder so 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 und dann wieder ein bisschen Kancen und dann wieder ein bisschen Ich gebe noch ein bisschen Kancen 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 das ist aber heute nicht zu viele hier das machen hier im wasser die Wassereisenweichen und jetzt können wir ein paar Rosinen oder Sultaninen oder wie auch immer dann vier Mandeln ich weiß nicht warum jetzt gerade vier aber das ist nicht so alt und dann haben wir noch hier Haselnüsse so ich habe so noch Sparenüsse das sind doch schon an Walnüsse das sind alle Nüsse die ich so verzehre jetzt sind immer natürlich weniger Walnüsse weil es ja nicht so viel kippt hier ich habe jetzt noch ein paar Stück übrig so das muss jetzt ziehen dann wird es abgedeckt dann wird es abgedeckt dann kommt dann nachher der Apfel drüber mit der Banane dann wird es abgedeckt dann wird es abgedeckt nachher dann wird es abgedeckt so 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 Ja, meine Mixer sind keine Hochleistungsmixer, sondern ein ganz normaler Haushaltsmixer. Ich brauche da kein Turbogetriebe, das äh... Ja gut, so das war's von dir, das ist mein Morgenritual, das ist mein Schienenmorgen und äh... Ja, müssen wir dann den Bälke sauber machen und dann war's das.